Blau und rot, deine Farbe KFC. Blau und rot, deine Farbe KFC. Blau und rot, diese Farbe werden die Reise untergehen. Blau und rot, deine Farbe KFC. Kurz, da Rede Wollet sich entschieden hat, nicht an der Pressekonferenz teilzunehmen heute, da könnt ihr gerne fragen warum, da werde ich nichts zu sagen, fällt die übliche Pressekonferenz in dieser Form aus. Der Heike Vogel wird gleich vorne noch bei der Mixzone für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen. Dann machen wir das heute auf die Art und Weise. Ich danke Ihnen allen und euch allen, dass ihr hier wart. Und wir sehen uns dann hoffentlich am 18.5. zum letzten Heimschlidier. Dankeschön.